Die Fans von Borussia Mönchengladbach erreichten jüngst eine bittere Nachricht. Der junge 22-jährige Torwart Jan Olschowski stand kurz davor, an den niederländischen Zweitligisten BV de Grafschaab ausgeliehen zu werden. Für Olschowski schien alles auf dem richtigen Weg zu sein, mehr Erfahrung und Spielzeit zu sammeln, doch ein unerwarteter Rückschlag änderte seine Pläne. Während des Probetrainings mit der niederländischen Mannschaft zog sich Olschowski eine Verletzung am linken Knie zu, die den weiteren Verlauf der Verhandlungen sofort stoppte. Borussia Mönchengladbach bestätigte die Verletzung und machte deutlich, dass der Spieler nun eine Erholungsphase braucht. Borussias Sportdirektor Roland Wirkus kommentierte die Situation, wir wünschen Jan eine schnelle und gute Genesung. Es ist klar, dass er die bestmögliche Unterstützung erhalten wird, um schnellstmöglich wieder genesen zu können. Diese unterstützenden Worte spiegeln das Vertrauen des Vereins in die Genesungsfähigkeit des jungen Torhüters wieder. Da Olschowski verletzt ist, muss Borussia seine Pläne anpassen. Olschowski, der hinter Jonas Omlin und Moritz Nikolas die dritte Option im Tor ist, wird nun seine Behandlung und Rehabilitation in Mönchengladbach beginnen. Während er sich erholt, übernimmt Routinier Tobias Sippel die Position des dritten Torwarts in der Hackordnung der Mannschaft. Olschowskis Verletzung durchkreuzt nicht nur seine persönlichen Entwicklungspläne, sondern wirkt sich auch auf die Teamstruktur aus. Borussia Mönchengladbach muss mit dem Fehlen eines vielversprechenden Nachwuchstalents klarkommen und sicherstellen, dass die Mannschaft stark und wettbewerbsfähig bleibt. Der Verein ist zuversichtlich, dass Olschowski mit der richtigen Unterstützung gestärkt und gerüstet für die bevorstehenden Herausforderungen zurückkehren wird. Für die Fans besteht die Erwartung darin, Jan Olschowski so schnell wie möglich wieder auf dem Feld zu sehen. Die Genesung nach einer Knieverletzung kann ein langer und herausfordernder Prozess sein, aber die Entschlossenheit des jungen Torhüters und die Unterstützung des Vereins sind wesentliche Faktoren für seine erfolgreiche Rückkehr. Und du, Fenn? Wie beurteilen Sie die Situation von Jan Olschowski und die Entscheidung des Vereins, Tobias Sippel in dieser Zeit zu vertrauen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Wir möchten wissen, was Sie über die Zukunft unserer Torhüter denken und wie sich Borussia Ihrer Meinung nach auf die nächste Saison vorbereiten sollte. Ihre Meinung ist uns sehr wichtig.